Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Freunde, willkommen zurück. Endlich wieder ein neues Video. Ja, diesmal kein Intro, irgendwie spinnt der Szenenwechsler so ein bisschen rum, der erfasst irgendwie das Game nicht. Und ja, heute geht es um Graveyard Keeper in der Version 1.3.10. Danke auf jeden Fall nochmal an den Entwickler für den Key und wir zocken das Ganze einfach mal an. Neues Spiel, los geht's. Ich glaube so, die Höhe sollte ganz okay sein. Bäm! Was ist passiert? Wo sind alle? Beruhige dich, du hast eine neue Seite in deinem Leben aufgeschlagen. Ein neues Kapitel wartet auf dich. Aber ich muss nach Hause, Junge. Wie komme ich nach Hause? Es gibt immer einen Weg zurück nach Hause. Mal sehen, dein neues Zuhause ist ein Friedhof. Bin ich tot? Du bist jetzt ein Friedhofswärter. Aber ich muss nach Hause zu meiner Frau. Da musst du ein guter Friedhofswärter sein. Grab Gary aus, er wird dir helfen, dich hier einzuleben. Wer? Was für eine merkwürdige Vision. Was ist das für ein Albtraum? Okay, dann sollte ich wohl Gary suchen. So, gut. Das sind wir. Ein bärtiger... Ja, keine Ahnung. Sieht so ein bisschen mittelalterlich aus irgendwie. Wir wurden gerade eben einfach auf der Straße scheinbar irgendwie umgefahren. Weil wir auf unser Handy geguckt haben. Kann passieren. Eine Tür, eine Truhe. Der Schrank geht nicht. Hier kann man kochen. Äpfel, Beeren. Aha, okay. Noch eine Truhe leer. Hier kann man nochmal kochen. Brennofen. Die Luke ist gerade geschlossen. Dann gucken wir mal. Verlassen wir erstmal den Raum. Oh, das sieht schön aus. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. So, das kann ich gerade nicht tun. Okay. Platz für Holzscheite. Platz für Steine. Da unten ist noch so ein Tisch. Kann ich gerade nicht tun. Ist das hier ein Brunnen, ne? F. Nicht jetzt. Okay. Da drüben ist noch so ein komisches Ding. Das sind scheinbar hier die Felder. Der Garten. Grundstück beschlagnahmt. Für kommerzielle Anfragen bitte mit dem Taverneneigentümer Horatrik reden. Pff. Verlassen. Was ist das? Pilze? Da sind das da. Kann man die aufheben? Ne, ist gesperrt noch. F. Kann man nicht. Okay. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier noch. Ist alles ein bisschen kaputt. Gehen wir mal hier oben rum. Das ist ein Schleifstein. Okay. Kann man noch nichts machen? Dixi Klo. Kann man auch nichts machen. Ach, da ist so ein goldener Pfeil. Folgen wir dem einfach mal. F drücken. F halten. Entschuldigung. Heiliger Saat. Ich bin ein Schädel. Bist du Gary? Warum sollte ich Gary sein? Ein Mann mit einem roten Auge hat mir gesagt, dass ich Gary ausgraben soll. Ein rotes Auge. Ich erinnere mich. Sagt. Das stimmt. Ich bin Gary. Wie hast du mich gefunden? Der Mann hat mir gesagt, du sollst all meine Fragen beantworten. Das muss ein Traum sein. Das ist einfach nicht wahr. Du bist der neue Friedhofswärter. Woran ich mich erinnere? Mal sehen. Ich erinnere mich an dieses Geräusch. Schauen wir mal nach. Alles ist so merkwürdig. Nichts von... Ach weißt du, ich warte lieber hier auf dich. Sonst bekommt das arme Ding noch Angst. Ich erinnere mich an dieses Läuten und einen Esel. Okay. Da unten ist der Esel. Da gehen wir mal hin. Da gehen wir jetzt mal hin. E. Habt eine frische Leiche aus der Stadt. Okay. Der Esel kann reden. Wow. Entsprechender Esel. Mäh. Aha. Du? Du kannst mich verstehen. Unterhalten wir uns. Wer bist du? Ich bin eine billige Arbeitskraft. Dieser Wagen gehört nicht mir. Also muss ich für das Kapitalistenschwein arbeiten, dem er gehört. Und ich verdiene nur 5 Karotten am Tag. Diese Situation ist zutiefst beschämend. Du weißt, woher ich komme. Nicht wahr, Genosse? Der Bastard tut so, als würde er nicht verstehen, was ich sage. Jedenfalls muss ich zurück zur Stadt. Werde diese Leiche los und ich bringe dir eine neue. Was ist das nur für ein seltsames Land. Okay. Jetzt haut der Esel wieder ab. Der Esel bringt uns die Leiche. Worauf wartest du noch? Schnapp dir die saftige Leiche, solange sie noch frisch ist. Wozu? Ich glaube, wir sollten sie in die Leichenhalle bringen. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Aber ich bin mir sicher, das macht Spaß und es könnte profitabel sein. Ich glaube, mir wird schlecht. Los geht's. Benutze E, um schwere Gegenstände aufzuheben und fallen zu lassen. Okay. So, hier bin ich. Immer fit bleiben. Kann man das anpumpen da unten. Bam, 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 bam. Ich mag diesen Ort. Leg die Leiche auf den Seziertisch. Und dann? Was kommt dann? Ach ja, schneide Fleisch vom Körper. Das fängt ja gut an. Was? Auf keinen Fall. Das ist nicht richtig. Genau, das ist nicht richtig. Wie konnte ich das nur vergessen? Vielleicht war ich ein Schädel mit Gedächtnisschwund. Ist es richtig, dass ich nicht weiß, wo du bist? Dass ich ein Schädel bin? Nichts sehe ich es richtig. Also halt den Saat und mach, was ich dir sage. Versprichst du mir, dass du mir sagst, wie ich nach Hause komme? Dann musst nur in die Dorfttaverne das Fleisch gegen ein Bier eintauschen. Schädel lügen nie. Und mir das Bier bringen. So, erste Scheibe. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Vorbereitungsplatz, Pritsche und Fleisch entfernen. Okay. Komm, wir legen mal den mal auf den Tisch drauf. Zack. Autopsie. Los geht's. Okay, müssen wir jetzt hier klicken. Gleich entfernen. F, arbeiten. Ah, man muss das halten. Okay. Okay. Burger-Sandwich und gebratenes Fleisch aus Menschenfleisch, oder was? Okay. Das ist ja widerlich. Du gewöhnst dich schon dran. Also, was soll ich mit der Leiche machen? Keine Ahnung. Begraben wir sie einfach. Nimm du die Leiche. Ich warte auf dem Friedhof. Alles klar. Oh, es ist neblig. Ach nee. Hier in die Richtung. Hey. Meine Güte, nee. Hier ist der Friedhof. Okay, 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 okay. Ja, ja. Einmal vorne durchs Tor, bitte. Was ist denn hier los? Eine Kapelle, oder was? Okay. Bringen wir sie unter die Erde. Benutze den Planungstisch auf dem Friedhof, markiere eine Grabstätte und dann grabe sie mit einer Schaufel. Trage die Leiche vorsichtig ins Grabschaufel ist zu und dekoriere. Keine Ziegenschädel oder komische Sternenformen als Dekoration verwenden. Okay. Rostige Schaufel haben wir bekommen. Okay. Energieverbrauch minus eins. Gefertigt an. Schleifstein. Ja gut, wir haben ja einen, aber... Ich würde gerne ausrüsten. Hier unten hin. Aber da passiert nichts. Okay. Planungstisch. So. Wir brauchen eine Grabstätte. Brauchen wir die erste mal hier oben hin, oder? Ja, bauen wir die da oben hin. F. So, jetzt buddeln wir das Ding da leer, oder was? Jawohl, jetzt schaufeln wir das Grab. Minus 2.0. Okay, jetzt legen wir den hier rein. Bestatten. Plus 1.0. Und mit F wieder zubuddeln. Gut gemacht. Diese Beschattungsurkunde, ich erinnere mich an Geld und Alkohol. Alkohol, ich glaube, den mochte ich früher. Sarat, da kommt der Bischof, das ist dein Boss. Frag ihn nach der Beschattungsurkunde, er sollte wissen, was man damit anstellt. Ich hau jetzt besser ab. Ich bin in der Leichenhalle und warte auf mein Bier. Ja, verpiss dich doch. Ich bin so müde, warum? Jede Woche hierhin kommen. Warte mal, ich bin doch noch nicht fertig. Ich wollte doch hier noch was machen. Wollten doch hier noch was machen. Geht nicht? Okay. Achso, ich wollte noch dekorieren. Hey. Ach hey, der neue Friedhofswerdner. Wir warten nun schon seit 30 Jahren auf ihn, aber er tut so. Alles in Ordnung. Ich sag dir nur unkenn, aber dein Friedhof ist ein Saustall. Ich werde dich auf keinen Fall zum Geistlichen befördern, wenn du ihn nicht in Ordnung bringst. Okay, hier ist der Ort. Qualität ansehen der Kirche. 4,5. Repariere Gräber, um die Qualität des Friedhofs zu erhöhen. Dafür brauchst du spezielle Ressourcen. Herstellen, Holzmarkierung. Okay. Wenn wir mindestens 5 erreichen, kriegen wir eine Beförderung. Wunderbar, dann lass mich mal gehen. Du siehst mir aus wie ein geistiger Führer und ich bin ein guter Menschenkenner. Ich bin in allem gut, deswegen wurde ich auch erwähnt, seinen Willen zu repräsentieren. Die sollst du dir mal anschauen in deiner Truhe. Ja gut, ich komme nächste Woche wieder. Gut, ja, ciao. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, wir kommen hier hin. Das ist mal vielleicht... Ich habe eine Klage, was natürlich beteiligt ist, unsere Urkunde. Sobald du eine Leiche begraben hast, kannst du die dazugehörige Bestattungsurkunde in der Dorftaverne gegen Geld eintauschen. Ah, okay. Ja, dann gib mal her. Das ist dein Lohn dafür, dass du unsere Brüder und Schwestern zur letzten Ruhe gebetet hast. Zwischen Stadt und Dorf. Sobald wir eine Leiche begreifen haben, kannst du die dazugehörige Bestattungsurkunde in der Dorf in der Gegend... Ja, hatten wir doch schon. Oh Gott, das ist viel zu kompliziert, um ein Traum zu sein. Ja, ja. Frage nach der Stadt. Komme ich zur Stadt. Halte dich an der Taverne einfach südlich. Wo ist das Dorf? Geh vom Friedhofstor aus einfach auf der Steinernstraße in die östliche Richtung. Okay, gut. Wenn dir die Reparatursätze beim Reparieren des Friedhofs ausgehen, kannst du dir jederzeit neue anfertigen. Um neue Gegenstände herzustellen, musst du zunächst die passende Technologie freischalten. Dieses kostet Tech-Punkte. Rot, Handwerk. Grün, Wissen über Natur. Und blau, spirituelles Wissen, Geisterwelt. Du hältst Punkte ganz einfach dadurch, dass du etwas tust. Okay. Steinvorrat. Felsstein. Blaupause. Holzstapel. Holzfällen. Okay. Gut, wir haben ein grünes Wissen, aber das bringt uns jetzt hier gar nichts. Ah, hier haben wir eine Karte. Oh, da haben wir doch schon. Doch schon einiges, so. Gut. Hier ist die Kiste, schauen wir mal rein. Aha. Ja, ja, genau. Tun wir alles schön rüber, wir brauchen alles. Ähm. Verstehe nicht, wie man die hier ablegen. Hallo. Papier ich nicht. Ähm, ja. Da ist das Grab. Dafür brauchen wir wahrscheinlich erstmal jetzt Holz, ne? Guck mal hier. Mal den Busch mal weg machen, da. Jetzt haben wir Holz bekommen. Können wir jetzt irgendwie was hier an dem Tisch bauen, oder was? Bauen. Blumenbeet entfernen. Ich weiß es nicht. Was kann man jetzt machen? Können wir das hier machen? Grabstein. Wähl eine Ressource. Holz. Ne. Kein Grabzaun. Vielleicht brauchen wir mehr Holz. Ich würde sagen, wir machen einfach hier nochmal noch ein bisschen weg. Wir buddeln einfach mal erstmal hier noch ein bisschen, machen hier ein bisschen sauber. Weg mit den dreckigen Ästen hier, da müssen ja bald die Leute liegen. So, hier auch noch. So, da ist aber ein Pfeil, der will uns irgendwo hinfügen. Hinführen. Gucken wir mal eben. Frage ist, welches ist es jetzt? Entsprechender Esel, der Leichendieferant. Hol ein Bier aus der Taverne. Was ist mit ihm hier? Bleibt er jetzt für immer da, oder was? Reparier einfach alle Gräber. Okay. Ja. Okay. Okay, die kennen, die sehen wahrscheinlich den Schädel gar nicht. und diesen sprechenden Esel. Der findet das ganz lustig. Ja, ja, lach einfach. So, Gespräch beenden. Verpiss dich doch. Was ist das hier? Die königlichen Dienste sind verfügbar, sobald die Kirche geöffnet ist. Eintreten. Verschlossen. Was steht auf dem Schild? Dieser Teil ist wegen Kultistenaktivität gesperrt. Okay. Hm. Gut, wir folgen jetzt erstmal dem Pfeil. Ach guck mal, hier oben sind auch scheinbar Jahreszeiten. Hier oben ist unsere Energieanzeige. So, wir folgen jetzt erstmal dem Pfeil. Wird schon so seine Richtigkeit haben. Was ist das da? Ach, eine gelbe Blume, okay. Wir sammeln einfach mal so ein bisschen nebenbei was ein. Ein Hexenhügel. Auf Befehl des Großinquisitors ist dieser Weg bis irgendeinem Symbol. Ah, okay. Eine Jahreszeit ist das wahrscheinlich. Das sieht man hier oben nochmal, das Symbol. Bis zur Jahreszeit gesperrt. Okay. Warum auch immer. Geht uns nichts an. Was ist das da unten? Kann man den aussammeln? Jawohl. Auch eine Technologie. Ja, ja. Ist ja gut. So. So. Ein Bett im Kornfeld. So. Wir sammeln die einfach mal ein hier, ne? Irgendwas. Ach, da ist jemand. Guck mal. Eine Windmühle. Die Mühle funktioniert nicht. Tut mir leid. Okay. Wenn du etwas gemahlen haben willst, musst du wohl in die Stadt gehen. Okay. Ich lebe auf dem Friedhof. Schön, dich zu treffen. Ich habe ein paar Reserven, die du vielleicht hilfreich finden könntest. Okay. Zeig mal. Was hast du denn da? Mehl hat der. Okay. Gut zu wissen. Kommt man hier rein? Verschlossen. Bis ich 80... 80 Ruf beim Müller habe. Ja gut. So. Dann latschen wir jetzt mal. Ziemlich windig hier gerade. Geht auch nicht viel. Hier ist eine kleine Versammlung scheinbar. Okay. Die wollen mit mir nicht reden. Ey Mädchen. Okay. Die haben keinen Bock. Gehen wir einfach mal rein da in die Taverne. Da ist einer mit so einer komischen Zipfelmütze. Was geht ab? Ich habe schlechte Laune. Verzieh dich. Okay du Arschloch. Du kriegst irgendwann eine. Digga was geht. Mit deinem coolen Hut. So ein Pech nicht heute. Okay. Ah der Barkeeper. Willkommen im toten Pferd. Ich bin Horadrik. Wie kann ich dir helfen? Ich komme vom Friedhof. Ich bin hier heute aufgewacht. Und seitdem ist alles irgendwie verrückt. Warum habe ich dich nicht gleich erkannt? Gut. Das ist gut. Gute Aussichten für unser kleines Dorf. Wann öffnest du denn die Kirsche? Ich muss den Friedhof in Ordnung bringen. Wie kann ich dir helfen? Frage nach der Bestattungsurkunde. Ja das stimmt. Aber er gibt uns nur das Geld für diese Urkunden. Wenn sie das Geld auch haben. Okay das Dorf hat kein Geld. Wenn wir die Kirche öffnen. Kriegen wir von denen auch Kohle. Ich würde gerne etwas frisches Fleisch verkaufen. Das ist eine Delikatesse. Ich kaufe es gerne. Ich muss nur das königliche Fleischsiegel drauf begutachten. Ach das braucht er noch eine. Okay. Okay Gammelfleisch. Okay ja verständlich. Ja natürlich muss begutachtet werden vorher. Äh nein wir haben kein Siegel. Menschenfleisch. Gut. Okay wir können es legal bekommen. In Nähe der Kirche mit einem Schreiben. Das kostet aber viel Geld. Oder bei dem Typen Schlange. Er hat ein gefälschtes Siegel. Ah okay. So ein Dealer dann wahrscheinlich. Du kannst Frau Anmut fragen. Sie ist jeden. Rupp. Hier. Vielleicht kann sie dir helfen Schlange zu finden. Okay. Müssen wir uns merken. Zu dieser Jahreszeit müssen wir nochmal wieder kommen. Könntest du vielleicht unserem Schmied Kreuzwald diesen Brief übergeben? Natürlich. Wo finde ich ihn? Im Südosten. Ja na klar. Gehen wir mal los. Machen wir. Südosten. Das sieht nach dem Holzfäller aus. Das da auch. Hier ist zu weit. Gehen wir mal hier rum. Ach da haben wir ihn doch. Was starrst du so? Ach nichts. Ich habe mich nur umgeschaut. Ich bin der Friedhofswärter. Wer du bist? Leider bin ich der Spied Kreuzwald. Geben wir dem Brief. Ich habe einen Brief von Horradrick. Er schafft es nicht einmal hier sehr persönlich vorbeizukommen. Alte Gewohnheiten. Tut mir leid, dass ich unhöflich war. Es wurde eine Angewohnheit. Schon wieder Schleime. Horradrick bittet mich sie loszuwerden. Ich habe keine Zeit um mich um die Dinger zu kümmern. Vielleicht kannst du ihr helfen. Nimm dieses Schwert. Überhalte den Schleifstein. Damit kannst du ihn... Okay die Schaufel reparieren. Wenn du schaffst sie zu töten, dann bringen mir die Überreste. Dann sind Materialien für dich drin. Okay bei den Pfützen. Alles klar. Frag ihn nach Metallerz. Okay machen wir mal. Im Westen gibt es einen riesigen Sumpf. Bevor die Brücke eingestürzt war. Okay Ofen, Eisenbaren, Sumpfeisen. Und dann... Würde ich sagen, wir rüsten auch mal das Schwert aus. Hallo. Oder müssen wir erst reparieren oder wie war das? So. Schwert. Schleifstein. Zack. Geil, jetzt können wir das schleifen. So, jetzt haben wir das Schwert. Nice. Okay, pro Schlag zieht es Energie ab. Gut, haben wir geschafft. Sollte kein Problem sein. Sind hier noch mehr? Nö. Wunderbar, dann war es das schon für den Anfang. So, dann... Wie siegt? Gut, dann haben wir Metall bekommen. Dankeschön. Nimm den Schleifstein. Du kannst deine Werkzeuge schleifen und sie sind bald so gut wie neu. Oh, wir können Wackelpudding herstellen in grün und rot. Gut. Was hast du noch so? Schleifsteine. Okay, 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 okay. Was man damit wohl machen kann? Ich weiß es nicht. Wir haben auch kein Geld. Super, dann... Gehen wir wieder zurück in die Taverne, denn wir haben eher den Brief übergeben. Okay. Okay. Soll scheinbar ein Lied sein. Okay. Naja. So. Du ihm geholfen hast. Hier ein Bier für dich. Nice. Haben wir ein Bier bekommen? Frag nach dem Garten. Der wurde vom Händler in Besitz genommen und jemanden Schulden zu tilgen. Ich kann niemanden finden, der damit was anfangen kann. Okay. Ich könnte dir die Erlaubnis erteilen, den Garten zu benutzen. Wer sonst würde freiwillig etwas in der Nähe des Friedhofs anbauen? Oh, ein leeres Beet. Sehr schön. Hör weiter zu. Gut, aber du musst immer mit dem Händler reden. Das Grundstück gehört ihm. Okay. Ist nicht rechtens die einfach die Erlaubnis oder sein Zuschauer. Aber meinetwegen ist es genug, wenn du alle das Weitere später mit ihm regelst. Okay. Er kommt jeden, um mit den Einwohnern zu handeln. In ihm gehört die Scheune, das ist natürlich der Werner. Okay, das heißt, wir müssen Kohle machen. So, dann quatschen wir hier mal eben an. Was willst du? Ich bin Friedhofswärter und wollte dich was fragen. Hast du eigentlich schwer auf die Mütter eingeworfen, wenn du meine Einwohnern musst? Keine Zeit mehr, keine Zeit mehr gewonnen hast. Selbstvertrauen gewonnen hast. Okay. Hochnäsik, hä? Darf ich dich für einen kurzen Moment belästigen? Was hat Frau Anmut, die erzählt, dass ich verschwinden soll? Unnahbare. Sie redet nicht mit jedem. Ich bin ja auch nicht jeder, ich bin ein Friedhofswärter. Und bald Prior der Kirche. Primitiv, ich bin ein bekannter Poet. Wagner. Eines Tages trage ich ihr in meiner Werke vor und dann werden wir... Aber des Nächsten muss ich das schreiben und mir ist eine Katastrophe... Katastrophöserweise Papier und Tinte ausgegangen. Kannst du mir welche besorgen? Nö. Nö. Perk. Journalist, du bemerkst viele kleine Dinge bei anderen Leuten. Kombiniere diese und du hast eine Geschichte. Okay. Frage, woher du Papier und Tinte bekommst. Wir können sie anfertigen oder in der Kirche finden. Okay. Astrologen fragen, wer ist jeden... Zum Leuchtturm gekommen. Okay. So, dann... Kümmern wir uns jetzt erst mal. Gehen wir erst mal zurück. Mal eben schauen, wie lange sind wir jetzt schon dran. 26 Minuten, liebe Freunde. Ich würde sagen, das reicht auch fürs Erste angezockt. Ganz gut, muss ich sagen. Story, ganz cool. So in der Art habe ich sowas auch noch nie gehabt. Als Friedhofswärter, sage ich mal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich würde mich freuen. Bis zur nächsten Folge. Tschau. Das war's.